Oh Auf weg zu laufen Das gefällt mir aber jetzt gar nicht Oh, das ging jetzt schnell Wir sollten ihre Taschentuch suchen Vielleicht finden wir Informationen Vielleicht, vielleicht aber auch nicht Ah, der leuchtet so orange Ein weiterer Hunter ist auf Berchi aufgetaucht Schickt ihn weg Einen weiteren verschwundenen Hunter können wir nicht gebrauchen Ähm Falls er sich weigert zu verschwinden Macht ihn Macht mit ihm dasselbe wie mit Sam Wie mit den anderen Versagen wird nicht toleriert Hm Ich glaube wir wissen nun was mit Enders geschehen ist Du glaubst er wurde auch angegriffen und getötet? Angegriffen wurde auf jeden Fall Ich kenne Enders Er will nie aufgeben Aber ich glaube nicht dass er tot ist Bis wir seine Leiche finden Lass uns nach Usti zurückkehren Um unsere Vorräte zu prüfen Und wenn nötig aufzufüllen Und Lilly sei auf der Hut Sieh gut Du wirkst Nervös Was ist denn los? Ja was ist los im Allem Wir sind gerade zweimal versucht worden getötet zu werden Also Keine Sorge Ich schlafe gut heute Das ist sehr besorgniserregend Wir versuchen Mitglieder der Hunter-Gilder anzugreifen Sie versuchen Ähm Anzugreifen Jo Und ich dachte mir gerade Komm ich speichere lieber Ich dachte mir das kann jetzt kein Problem mehr sein Es werden wir doch nicht mehr angegriffen Ich will jetzt nicht unbedingt gleich nochmal ein Ding Ähm Verbrauchen Wenn ich ehrlich bin Mhm Haben wir wohl ein Monsterchen übersehen Haben wir hier eigentlich alles? Ein Geheimgang? Nö Aha Mhm Ja Da hat wohl wer geklappt Das merke ich nicht oder wie Ähm Eigentlich ist mir die Latein aufgefallen Weil ich mir gerade dachte Die passiere irgendwie gar nicht rein Gerade So einfach geht's nicht Fackel Fackel Ach Der mal mit seiner Fackel Oh ne Truhe Schweinebraten Wildschweine Oh Gut das mit den Fackeln ist halt so ne Sache Ähm Wenn du jetzt versuchst auf jeder Map eine Fackel zu benutzen Ich glaube das geht schon ein bisschen in die Kohle Ja Oh ja Natürlich Ja Und da oben ist er ja genau genau so dass ich nicht weiß was passiert kommen wir sprechen noch mal es wird geheimnisse der name ist programm ja ja ist schon klar es ist halt wo ist eingang wo ist eingang hier da kann man muss auch bei jedem wer die fackels benutzen hat wer so was war das ich habe keine ahnung aber nicht wie einer der anderen angreife aus auch sei wir sollten vorsichtig sein was sollen wir nun tun wir tun das was wir immer tun wir versuchen die weltherrschaft an uns zu reißen lasst uns erstmal unsere vorräte prüfen und wenn nötig offen und dann gehen wir in den zumpf ja erst mal danke dass ihr versucht mein sohn zu finden okay natürlich was kann ich für euch tun wir haben bald ein kleines mädchen mit dem namen runja gefunden sie ist heimatlos und hat keine eltern mehr wir haben uns gefragt ob du ihr ein zu hause anbieten möchtest nun ich liebe kinder auch wenn ich bisher selbst keine habe wenn sie will würde ich ihr gerne ein zu hause anbieten danke wir bringen sie zu dir nochmal darunter latschen nee warte mal wir holen bevor wir einkaufen wir und so so und können wir wieder sicher schlafen danke dass die helfer für uns gefunden hat hunter gern geschehen ich hoffe dass sie hart arbeiten sie sind stark und sehr arbeitswillig ich kann mich nicht beschweren das klingt gut hier habt ihr ein paar vorrätige unterwegs danke für eure hilfe ja geil danke dass ihr uns vernunft eingebläut habt also hatte der bauer arbeit für euch ja er hat mehr als genug arbeit und die bezahlung ist gerecht ich bin froh dass die dinge sich zum guten gewendet haben was hast du zu sagen es ist ein schönes gefühl wieder teil einer gemeinschaft zu sein ja für dich auch ne ähm es sind geheimnisse ich sag sie die direkt alle zwei drittel ist fast alle vier achtel da musst du mir auf den discord noch schreiben wo die schütte ist für die animation moment geh mal auf die seite lily holt er sich jetzt wirklich fast von da oben und bringt es runter ok sofort das ist schon geil das sowas ist geil gemacht also sowas ist echt geil also wohin nun mit diesem fass in meinem magen würde ich sagen ne natürlich nicht aber in zum sind noch zwei dinge versteckt wie jetzt dann komm schon du blöde schwein ein schwein ist das ok ok warum nicht da ist der dienst nee ich möchte zum bürgermeister achso nee wir haben das monster noch gar nicht bestätigt wir kriegen noch keine belohnung da hat euch einen kleinen denkfehler so ich vergesse es immer ist und drücken wir haben ja kommen wir ein paar heiltränke glaube ich könnten sicher nicht schaden und da braucht die vorräte ja du dumme maus so erstmal verkaufen wir haben doch sicher stimmt wir haben ja diese dinge auch noch ähm da vielleicht eines großen schinders reduziert man nur für leben verkaufen wir das mal mit bier verhalten bier panzerplatten können wir verkaufen 10 prozent leben halte sich jetzt auch nicht da kommt das behalten wir uns ähm das ding und wieder belegungs tränke ne 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 Nimm mir 5 mit. Nee. Ah, Besitzer 1, okay. Danke. So, das sind 4 Maps, ach du liebe Neue. Zu deinem genannten Presen würde ich danach mal einen Blick ins Menü anziehen empfehlen. Geänderte Preise? Freundlich, die Menschen in Ostia sind uns freundlich gesehen und die Geschäfte haben ihre Preise um 5% gesenkt. Doch gleich um 5%? Ich dachte mir schon, ich bin doof, der hat doch 100 gekostet und auf einmal kostet er 95. Nettes Gimmick, nettes Gimmick. Du, 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 ich würde... Was würde ich denn jetzt? Wir haben unsere Vorräte aufgefüllt. Ja, im Prinzip, wir haben ja noch immer den Sumpf. Wir gehen zuerst mal zu der Kleinen und sagen ihr, hallo, du, ne? Mama wartet auf dich. Das Mittel holen? Ja, genau. Das Mittel holen. Das hatte ich jetzt vor. Und das mal in Schnellvorlauf. Du, 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 du. Ich hoffe, ich finde auch mal dorthin. Eigentlich, im Prinzip. Jo. Ronja, wir haben gute Neuigkeiten für dich. Oh, wir haben eine sehr nette Frau getroffen, die dir gerne ein Zuhause anbieten möchte. Wirklich? Wo denn? In Ustir. Sie heißt Dana. Das war ich noch nie. Und sie ist nett? Nee, sie ist voll der Drache. Und nicht gemein? Doch, die wird dich jeden Tag schlagen. Ganz und gar nichts. Sie ist sehr nett. Lass uns nach Ustir aufbrechen. Dann bringen wir dich zu Dana. Alles klar. Machen wir so. Danke. Okay. Das Dreiergespann. So, zurück nach Ustir. Mama 2.0 wartet auf dich. Ach, das ist gemein. Das Dreiergespann ist ein kleines Mädchen im Wald an und nimmt sie dann mit. Klingt vertrauenswürdig. Wenn du das sagst, klingt das so falsch, Rasa. Da klingt das so falsch auf einmal. Du, 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 du. Du, 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 du. Bringst du doch zum Bruder im Sumpf. Hab gehört, der mag Kinder. Das wäre es, ne? Ich nehme mal an, so ein Heilort, so wie in der Taverne, gibt es nicht, oder? Wo man übernachten kann und dann quasi volle Lebensenergie wieder, ähm, kriegen. Gehe ich mal davon aus. Hallo, da er Anna. Jetzt das kleine Mädchen, von dem ich dir erzählt habe. Ronja. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen, Ronja. Siegut hat mir erzählt, dass du gerne bei mir wohnen würdest. Ja, wenn ich kann. Nö. Geh auf das Feld arbeiten, du gehöre. Wieso folgst du mir nicht zu meinem Haus? Da kann ich dir alles zeigen. Ja. Klar. Hunter, ich habe das für euch angefertigt. Oh, ich wollte, dass euch diese Handschuhe gefallen. Aber bei Handschuhen, ich muss den Lillies eigentlich ausrüsten. Das mache ich jetzt sofort, ähm. Wir haben ja hier... Sind die Sachen wirklich schlechte, jetzt und die habe ich mir gekauft? Willst du mich verarschen? Wir haben ja hier... nicht dass ich die Zauberkosten. Ja, aber so viel schießt er nicht mit dem Bogen, oder? Ups. Komm, wir machen es einmal. Und dann, Herrgischl, aus dem feinen... Hm. Okay. Ach so, ja, ja, stimmt ja schon. Stumm? Passt schon. Hat jetzt nur einen kleinen Denkfehler. Ähm. So, Sumpf. Sumpfige Sümpfe. Ich bin da ohne Vergleich gekauft. Hm, vielleicht. Das kannst du aber nicht beweisen, Herr Sack. Bin kurz futtern, bis gleich. Alter, der fährt einmal futtern, das ist ja... Habt ihr schon die offizielle Genehmigung zum Betrieb des Sumpfes? Natürlich. Wir haben die offizielle Genehmigung. Ne, sie sehen wir noch nicht, aber jedes Mal, wenn eine Katze in dieser Taverne ist, bloterelevant, wirst du komplett geheilt. Ja, die haben eine schlechte Defensive. Äh, ja, 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 ja. Yay, der Sumpf. Deswegen sollte ich aber wahrscheinlich auch erst einmal... Ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Eine Fackel. Komm, wir machen mal eine Fackel an, sonst heißt es wieder, ich mache keine Fackeln an. Wahrscheinlich war es jetzt sowieso unnötig. Aha. Okay. Hm, hier hängt ein Zettel. Ach, da drüben. Ich denke mir schon, der Hände brüßt sich seinen Zettel. Ähm. Und da ist ein Monster. Ein menschliches Monster ist in diesem Sumpf unter einem Baum begraben. Er hat meine Schwester vergewaltig und ermordet. Nach fünf Jahren habe ich ihn endlich gefunden. Erdauer war bereits tot, aber ich habe ihn verflucht. Soll er nun ohne Frieden ruhen und in der Hölle schmoren? Ich habe seinen Schädel genommen und in ein Nest der Sumpflinge geworfen. Hm, klingt, als ob bereits ein Monster in diesem Sumpf tot ist. Manche Menschen sind schlimmer als Monster. Ich... Ach, da ist noch ein Monster. Ah, es sind noch viele Monster. Oh, level up. Was bist du hier? Ein Bundle! Hm? Hm? Hab Oh, level up. Mhm. Let's go. Tufe ab, ja genau, sollte ich auch wieder mal spielen, aber das wollte ja keiner sehen. So, Monster haben wir hier besiegt, hoffentlich. Der Steg endet hier. Echt jetzt? Da war ich hier gar nicht so verkehrt, oder? Der Spieler hat mich ausgetrickst. Schau mal, da ist der kleine Junge. Ah ja, natürlich, da war ja noch was. Er ist von Zumpflingen umzingelt. Ach so, wenn wir es uns beeilen. Nein! Wie, wir waren zu langsam? Wieso will das nur seiner Mutter erklären? Wir können, was wir... Wir können uns sogar... What? Moment, Moment, Moment. Ja, wenn wir uns unterhalten, werden wir hier noch gedroschen. Ähm... Komm, ich will das jetzt nicht lesen. Ich möchte zuerst... Ähm... Forager. 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 Wie auch immer man das ausspricht. Ähm... Ich kann kein E drücken. Wir müssen uns beeilen, ist gut, ja? Willst du mich verarschen? Was? Wir waren zu langsam. Echt jetzt? Wie schaut das hier denn eigentlich aus? Nee, ähm... Muss ich mir das jetzt wieder alles anschauen? Ähm... Mir geht das nicht auf den Keks. Hat doch nicht... Jetzt hast du dich kaputt gehauen. Ähm... Ja, komm, blablabla... Ähm... Spielstände. Ähm... Du die du 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 du... Uh, die du 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 du... Geht los. Oh, da wollte ich nicht her. Ah, Kacke. Nee, komm, wie soll denn das funktionieren? Lass mich doch das abbrechen, das Gespräch. Das ist mir schwer, den Schwungsschaden. Du Visiertest ständig den Knips an. Hä? Warum kann ich den Knips überhaupt anwählen? Es trifft drei Teile in der Richtung, in die du schlägst. Ja, wow, ganz toll. Du 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 Du. Uh-huh. das kann man so nicht schaffen ich bin jetzt gar nicht mehr in die nähe gekommen war der weg wie soll das gehen dass ich mich das jetzt jedes mal anschauen muss das stört wenig das kann man nicht schaffen wie soll das gehen ja das denke ich auch so dass man den überhaupt anvisieren kann naja du hast zwei sekunden bevor die junge tode sie mein hallo sorry ich mein wie soll ich das machen den kann ich dort hin lassen ja nie ist klar und der gegner der links dieser ich muss aufpassen dass ich nicht sterbe ich muss aufpassen dass das ist eine laterne hallo knirps bist du steven danke dass ihr mich gerettet habt sehr ja das ist schon ein bisschen fies ich meine zwei sekunden hier ja das ist hier wer kennt ihr denn meinen namen deine mutter hat uns geschickt wir bringen dich nun zu ihr auch dankeschön aber ist ja unmöglich naja komm ob es zwei sekunden zeit irgendwann miedo so ich eine wir sollten direkt zu sehen Uhr ich ist sicher Messiah okay das heißt hier geht es noch weiter es ist ihm adjourn es ist zu Happy gibt Da oben war wahrscheinlich dann nichts mehr schätze ich mal. Also ich gucke mir, da gibt es halt immer friendly fire, wie jetzt? Hallo Mama, danke, dass ihr meinen Sohn gerettet habt. Gern geschehen, wir kommen gerade rechtzeitig. Hoho, rechtzeitig ist gut, ja? Sie haben Dutziger Monster getötet. Gut, nun übertreibst du aber etwas kleiner. Bleib den Sohn von nun entfernt, verstanden? Ja, ich verspreche es. Weißt du, wo Dana ist? Äh... Oh, Dana steht doch hier. Sie soll aber hier am Haus sein, das ist nur etwas nördlich von hier. Bin ich dumm? Das ist doch Dana, oder? Ronja ist wirklich lieb, ich hoffe, dass ihr... Aber das ist doch Dana, oder? So ist das, der hat zwei Tage alleine überlebt, einen Tag überlebt er allerdings nur zwei Sekunden, das ist wirklich so. Ah ja, das muss sich ändern, hier hat sich mal was geändert. Ahhhh... Ich denke mir ja, ich meine, Dana steht ja hier. Danke, dass ihr mich von diesem Monster gerettet habt. Ja geschehen, Kleiner. Was muss ich tun, um ein Hunter zu werden? Ich würde ja sogar auch ein Held sein. Ich will den Hunter nicht als Helden bezeichnen. Aber um deine Frage zu beantworten, du musst der gilt der Hunter beitreten. Dort werden wir ausgebildet. Ich werde Mama fragen, ob ich darf. Klar, Mama wird das sicher sofort erlauben. Danke, Siegurt. Nimmst du dich langsam bei Dana ein? Ja, sie ist schon nett. Ich bin so glücklich bei ihr zu sein. Yay! Speichern. Hui. So. Wie viel Kohle haben wir? 523. Komm, ähm... Ich glaube, wir werden noch Tränke brauchen. Oh, Hunter! Ja, bla 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 bla. Mit den Übrigen sagen, du hast jetzt noch so circa 30 bis 16 Minuten vor... Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das alles heute noch machen werde. So lange wollte ich eigentlich dann nicht mehr machen. Erstmal verkauf... Hm... Knochenstaub. Prächtige Schuppe! Achso, liebe Neune... Prächtige Schuppe... Achso, liebe Neune. Danke, wie kannst du das schon streamen? Nein, hatte ich nicht vor. So, nee, warte mal. Schweinebraten. Oh, da kriegst du auch noch einen Schweinebraten. Dann speichern wir mal. Speichern. Ja. So. So. Auf in den Sumpf, wieder mal. Du, 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 du. Stehen nicht die Wege, Lilly. So. Da, 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 da. Wir speichern hier nochmal. Ja, ich möchte überschreiben. Zack. Nee, aber nächste Woche gibt es einen extra Spezial-Sonnen-Orden-Zoom-Stream, habe ich gehört. Ja. Du solltest dir mal die Ohren putzen, Bärki. Oh Gott, das sind ja auch schon Sonnen-Orden-Vibes hier an. Lillis sind geholfen. Nein, Lillis ist zu, nein, ich war zu langsam. Deswegen habe ich gerade gespeichert. Stirb. Oh, Lillis wird. Sollte das so sein? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass ich Lillis vorher wiederbeleben muss, aber das verwirrt jetzt, dass Lillis hier quasi, ähm, mir nachläuft. Das sind jetzt viel zu wenig Gegner auf einmal. Du musst sie wiederbeleben, sie läuft nur mit. Ja, aber das verwirrt jetzt doch ein wenig. Nee, warte, ähm, das verwirrt jetzt schon ein wenig, dass sie mitläuft. Weil, ich meine, jeder würde denken, okay, sie ist ja noch gar nicht tot, ähm. Oh, das geht ja auf einmal viel besser. Nein, ja, ein bisschen besser war es. Ähm, HP, ähm, Magie. Ach, das war ja die 10%, ne? So. Oh, komm, wir speichern. Wenn's gut läuft, dann komm, speichern wir mal. Äh, verstehe ich, aber ist auch doof, wenn's hier rumliegt, äh, aber in Katzen zu versagen. Ja, ist schon klar. Ah. Vielleicht könnte man irgendeine andere Animation verpassen. Ich weiß noch nicht, wie man das am besten löst. so. So, sind noch irgendwo Gegner? Kommt her. Ja, kommt doch alle her. Dun, 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 dun. Aha. Oh, geil. Moment mal. Nein, ich will dir jetzt nichts sagen. Nur so eine prima Lösung. Das ist aktuell noch DuckTip-Lösung. Fass ich nicht, wieso steht der noch da? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Sehr interessant. Gehörtest du, dass der Baum total verschwommen ist? Solltest du es sein? Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh nein! Oh ja! 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 Oh! Oh ja! wenn du die perma noch max kann es vielleicht ganz fertig spielen das finale sollte gleich folgen ja ich bin eigentlich davon ausgegangen dass die eigentlich jetzt ein letzter endgegner wird ich hoffe die höhle ist nicht mehr so ewig lange mit 5000 monstern was sie mit diesen baum geschehen so was habe ich noch nie gesehen ach dieser baum ist verflucht ich habe so was vor vielen jahren schon einmal gesehen mann ist einem blutbaum hier drunter ist eine leiche das ist hier um das gab des mannes handelt von dem auf dem zettel die rede war und wir können wir den fluch brechen wir benötigen hierzu erst einmal zwei dinge zuerst müssen wir herausfinden wer den mann verflucht hat und ihn anschließend überzeugen ihn zu vergeben indem er den entwendeten schädel zurückbringt verstanden wie finden wir heraus wer den mann verflucht hat wir sollten mit den wachposten reden sie könnten wissen wer seine schwester auf diese art verloren hat alles klar gut deswegen kann ich aber trotzdem das monster mal machen oder ich gehe mal davon aus nachher müssen wir sowieso dann noch mal zurück gut so aber da folgt dann ergänzt auf ergänzt was sind wir bereit das mit der perma ledigter aufzunehmen haben wir alle aufgaben erledigt haben wir genug vorräte natürlich ich hoffe es es ist vollmond die perma ledigter ist bestimmt draußen auf der jagd wir verstecken uns hier und warten auf sie wenn möglich berechnen wir den fluch sei flink auf den beinen versuche sie mit schnellen schlägen zu beschäftigen dann zieh dich zurück gebe keine möglichkeit dich zu treffen die nacht ist fast vorüber wir haben maximal fünf minuten bis die sonne aufgeht falls die perma ledigter vorher zu ihrem sag zurückkehrt haben wir versagt ich tue mein bestes siegurt hier ist ein weg zu ihrem grab wir müssen verhindern dass die perma ledigter dort hingeht lass uns den weg mit ein paar bretten versperren die sollten genügen wahrscheinlich sind die übrig geblieben aber das sagt für alenia als er sagt für alene gebaut wurde das ist eine kleine barrikade aus den brettern hier bauen um zu verhindern dass die perma ledigter zu ihrem sag kommt glaubst du wirklich dass ein paar bretter sie aufhalten können klar nein aber zumindest verlangsamen wie es mit den jungen war glaube ich dass wir jetzt lustig wirklich das sieht nicht sehr stabil aus du hast die die perma ledigter dann unten nicht genagelt haltet klar bei lili ich bin der meister loll voll vollliegen rand auf einmal lili oh 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 sie ist hier schnell oh gott oh hinter was ist das hier pfff wow ähm darf ich mich mal bewegen ja dankeschön ich bin mir nicht so gut okay aber ich bin mir nicht so gut gut aber lili muss ich schon sagen macht einen schönen tank sie ist tot tödliche erlösung erhung geschafft gut gemacht auch wenn ich gehofft hatte dass wir den flug brechen können Und was jetzt? Wir gehen zum Bürgermeister. Unsere Belohnung abholen. Du möchtest es Janine nicht erzählen? Wieso sollten wir es? Sie wusste nicht, dass es eine Möglichkeit gab, ihre Tochter zu retten. Es ihr nun zu erzählen, wird ihr nur Kummer bringen. Aber du wolltest dich doch um ihren Bruder kümmern. Stimmt. Lass uns den Kopf der Permaladicta abtrennen und verschwinden. Ich dachte, wir konnten den Fluch brechen, wenn wir... Darf jetzt Lili keinen Trank mehr nehmen? Warum habe ich da jetzt das Icon hier oben über Lili? Okay. Ja, lange ist Hunter dringend. Kannst du dir... Immer feste Truft, bloß nicht den Fluch lösen. Ich dachte, wir lösen den Fluch, bevor sie zu ihrem Sack zurückkehrt. Fluchbrechen heißt, ihr ein paar Minuten lang beschäftigen und nicht töten. Wirklich jetzt? Ach, komm. Junge, Junge, Junge. Die Permaladicta beschäftigen. Ja gut, kann ich das Lili eigentlich auch sagen? Dass sie... Ähm... Nein, ich habe jetzt nicht gespeichert. Zu spät, ja. 200 mehr beschäftigen. Du kannst auch mit der Routen weit... Mit der Toten weitermachen. Nein. Die folgte automatisch, sobald du mehr als 3 bis 4 Zeils weg bist. Blablablablablablablablablablabla. Kann ich das nicht irgendwie so, ne? So, sollte geningen. Wahrscheinlich sind sie... Warte, jetzt hängst ich da mal schnell. Du, 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 du... Speichern! Spiel 3, speichern! Du, 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 du... Du, 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 du... Hm, auf jeden Fall kann ich auch speichern können? Schnell! Kann ich... Kann ich nochmal speichern eigentlich? Ich speichern mal auf einen extra Slot. Ah, speichern kann man nicht möglich. Okay, gut. Hey, Lilly! Lilly! Ja, komm her. Ja, brav, brav. Wow, Lilly! Hallo? Ey, Lilly! Komm her, Lilly! Alter, Lilly! Willst du mich verraschen? Komm her, Lilly! Komm her! Alter! Komm, der Schaden ist aber jetzt schon wieder nicht feierlich hier. Komm, ich gebe Lilly gleich nochmal. Lilly! Lilly! Ich habe gesagt, du bleibst sunken! Ich habe gesagt, du bleibst sunken! Ich habe gesagt, du bleibst sunken! Alter! Ups! Leli! 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 Von wegen einer drei bis vier Teils. Der halbe Raum! Leli! Kann ich Lilly nicht einfach sterben lassen? Ist das nicht die bessere Lösung? Ja, schlag mich! Schlag mich! Schlag mich! Illi! Leli! Also war das eigentlich gar nicht so verkehrt, dass ich so viele Tränke geholt habe. Da würde ich mir fast noch so eine passive Methode wünschen. So, Lilly, du bleibst passiv und tust gar nichts. Weil die pfuscht hier schon ordentlich herum. Du, 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 du. Die wird noch mal schnell heilen. Sie sterben zu lassen kommt günstiger. Ja, es ist wirklich wahr! Keim dieses Lebens! Wir haben es geschafft! Sie verwandelt sich zurück! Sollen wir sie nun zu ihrer Mutter zurückbringen?! Ja, warum nicht? Ja, wir gehen gleich los! jetzt jetzt kann ich speichern ja komm kann ich mit ihr eigentlich reden warum denn auch alenia die macht aber ein krimiges gesicht ich denke wir bringen das kind jetzt noch zu ihrer mutter und dann werde ich glaube schluss machen oder dauert das dann noch sehr lange nicht dass ich dann kurz vorher schluss mache aber ich denke einmal da wird noch ein bisschen was kommen oder da war es der erste sömer der den fluch lösen konnte ja gut wenn man weiß wie aber ich dachte mir sie darf nur nicht zum sack kommen weil sie so wir müssen verhindern dass sie zum sack kommt um den flug zu brechen oder sowas in der art deswegen dachte mir schnell runter kloppen dass sie nicht zum sack kommen dann haben wir quasi den flug gebrochen war bis eben ein spinnenmonster was für ein gesicht ich würde so machen wenn auch so temporär ja auch nachdem sie abgegeben ist